Servus liebe Leute und ich will gar nicht lange um den heißen Brei drumrum reden, Supercell hat ein Reddit Post gepostet im Forum, wo es geheißen hat, dass die Chancen eine Super Magical Chest zu bekommen wesentlich gestiegen sind, ich kann es euch ja mal vorlesen, verdoppelte Chance eine Super Magical Chest zu finden, erhöhte Chance eine Riesen- und Magietruhe zu finden. Und zusätzlich haben sie gesagt, erhalte für jeden Sieg eine Goldbelohnung, was auch ziemlich cool ist, also ich würde sagen, dann war es das. Und haltet die Ohren steif, denn gleich kommt noch ein Video zu dem weiteren Update Mythos oder zu einer weiteren Update-Information. Bis gleich! Auf Wiedersehen!